Ich spiel bei denen heute Blockflöte. Du spielst Blockflöte? Ganz spontan. Wie habt ihr das vereinbart? Hat das EMI oder wie heißen diese Plattenfirmen für euch eingestellt? Nee, wir haben uns einfach beim Kacken getroffen. Und dann meinte ich, hey, sag mal, du kannst eine Blockflöte. Und wie habt ihr euch zum Kacken verabredet? Das war tatsächlich Zufall. Das war WhatsApp. Da müsst ihr in die WhatsApp-Gruppe. So ungefähr, man weiß es nicht. Sehr, sehr schön. Von wem hast du ein Fanshirt an, Chris? Von mir selbst. Von dir selbst? Nein, von Berlin. Von Berlin? Weil es in Berlin so hart ist. Weil es ist hart in Berlin. Ist hart in Berlin. Das weiß aber natürlich unsere Band XRX nicht, denn sie kommt ja aus dem Westen. Kolonia. Kolonia. Ist der erste Kolonia. Was hast du für Tipps für den Chris? Der ist ja das erste Mal jetzt hier im Westen. Ach, dem brauch ich keine Tipps geben. Der ist ja auch nicht zum ersten Mal hier. Ja, ist doch nicht so. Was hast du für Tipps, wenn er mal in den Osten kommt? Das wird beim Kacken gesprochen. Dann müssen wir noch mal warten, ja. Hier ist gerade eine schlimme Fotobombe passiert. Was hat das? Was? Chris, was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Das ist Murphy. Warum? Was macht Murphy? Murphy ist unser Bühnenhund, der im Schlagzeug-Solo quasi dann auf den Drums bombt. Murphy, Murphy säufst du Blut und hast Sex mit Groupies? Ja, vielleicht, wenn du mir dafür einen Knochen gibst. Vicky, sorgst du Blut und hast Sex mit Groupies? Nur wenn ich einen Knochen bekomme. Auf gar keinen Fall. Nie? Nie. Ausgeschlossen. Vielleicht in einer Stunde. Aber nur mit dir. Okay. Läuft. Warum bist du hier? Blutengel. Blutengel. Blutengel? Aber sie spielen heute Abend. Also es ist ein bisschen früh für Blutengel. Ich weiß. Wie geht es mit XRX? Ja, sie sind auch gut. Sie sind auch gut. Alle Bands sind gut. Was, wenn ich dir gesagt habe, dass ich alle Autographen von Blutengel auf meinem Arm habe. Ja, ich will das auch. Du willst das auch? Kannst du das für mich fixieren? Ja, ich kann das für mich fixieren. Aber würdest du mir auch stattdessen nehmen? Ja, ja, definitiv. Es hat sich endlich ausgezahlt, die Blutengel Tattoos zu haben. Sie würde mich nehmen. Backstage ist einiges los. Das haben wir schon gelernt. Chris, was glaubst du, was die Mädels hier machen? Die haben einen riesen Motte da und ich hasse Mozilla's. Du hasst Motten? Das ist ekelhaft, ja. Weil die sind ganz fürchterlich. Aber bist du nicht selber ein Nachtfalter, Chris? Ich habe auch keine Motte. Du bist so Motte. Ich bin eine Motte. Und was bist du? Du bist der Schmetterling der Nacht. Ich bin der Schmetterling. Der Schöne. Der Schöne. Das Paunauge. Chris Pohl ist aus Pfauenauge der Nacht. Das kann ich unterschreiben. Das stimmt. Schon ein bisschen, oder? Nee, schon ein bisschen sehr. Würdest du mit nach vorne gehen und schon was verteilen? Da ist dein größter Fan aus Dänemark angereist. Größter Fan aus Dänemark? Wo? Sitz vorne in der ersten Reihe. Willst du mitkommen? Dann führe ich dich zum Fan. Ich guck mal eins kurz, ja. Komm, wir gehen mal zum größten Fan. Wir gehen zu Chris' Fan aus Dänemark. Chris hat gerade einen Fan aus Dänemark getroffen. Ist extra auf die Bühne gekommen. Und der Fan hat etwas sehr sehr Nettes zu sagen. You have got something to tell which is very friendly for Chris. His music makes me feel a lot less lonely in this world. So that's why I love Glutengel and all his music and his texts and everything he shares. Ist ja überall schon ein Herzchen drin. Ja, es sind ganz viele Herzchen drin. Genau. Und Chris malt in unser Herzchen Buch jetzt ein Herzchen rein. Denn Gruftis sind in Wirklichkeit ja eigentlich herzliche Menschen. Ah, das ist wie bei Satanismus falsch rum, das Herz. Richtig. Man kann es quasi verschieden deuten. Man kann es verschieden deuten. Chris, wie fühlst du dich eigentlich, dass ich dein Autogramm auf meinem Arm habe? Erzeugt das jetzt so eine noch stärkere, so eine herzliche Verbindung? Ja, es ist eine Mischung aus angewidert und erfreut und stolz. Beides. Ja, so ist das bei uns. Wir sind ambivalente Menschen. So ist es. Und deswegen verschenken wir dem Publikum jetzt einfach Sachen, obwohl wir sie eigentlich auch verkaufen könnten. Ja. Aber wir machen das. Wir verschenken es einfach, ne? Das ist eine sehr gute Einstellung. Das ist eine gute Einstellung, ne? Ja. Du willst es auch verschenken. Das heißt, es ist aber nicht ambivalent, oder? Ja, das stimmt. Chris ist übrigens der Mann, der zwei Videos raus hat, die Millionen von Klicks haben. Aber er hat keinen Cent dafür bekommen. So ist es. Wie fühlt sich das an? Wir verschenken auch gerne. Wir verschenken auch gerne, weil man... Sharing is fun. Absolut. Ja. Ja. Wie lange hörst du schon? Blutengel. Sehr gute Musik von Blutengel. Seit ich zwölf bin. Oh. Wie fühlst du dich da? Ja toll. Das ist geil, oder? Sehr alt. Und jetzt möchtest du ein Autogramm? Ja. Aber ich dachte Elektro und wie soll man sagen, oder Romantik Elektropop und Harter Elektro sind verfeindet, dachten wir immer. Wieso? Wieso? Alles nur Scheiße. So, liebe Hater, liebe EBMler, Romantik Gother, liebe Cybers. Ich hab auch ein Autogramm von der Uli, das stimmt. In Wirklichkeit sind wir alle eine Familie. So sieht's aus. So, und damit habt das von den Chefs persönlich. Und wer hatet, der ist... der ist doof. Für Rauchige an Hallsspiele. Chris, wie heißt das Getränk? Das heißt, äh, äh, Rum Macchiato. Rum Macchiato. Aber wie es auch dort drin bleibt. Ihr wart dabei, bei der Geburtsstunde des Rum Macchiato, liebe Freunde. Vielen Dank. Genau. Er ist schon ein süßer Boy, oder Chris? Er ist schon süßer. Ich bin aber ein bisschen beharrt. Wenn ich auf Männer stehen würde, würde ich ihm sagen, er soll sich rasieren. Auf jeden Fall. Ist ganz wichtig. Und die Farbe aus dem Gesicht vielleicht ein bisschen? Ja, duschen gehen wäre okay. Duschen mal, ja. Aber leider bin ich absolut gar nicht dem anderen Geschlecht zugetan. Ja, das kenn ich. Also dem gleichen? Aber dem gleichen? Ja, ja. Ne, dem anderen habe ich... Wer munkelt denn sowas? Nur meinem eigenen Geschlecht bin ich wirklich so klar. Du bist gleich die Hauptdarstellerin. Und du bist mächtig aufgeregt. Ja, total. Mega aufgeregt. Ne, in Wirklichkeit hast du gesagt, bist du müde? Ja. Ist das so eine reaktive Müdigkeit, dass du in Wirklichkeit aufgeregt bist und müde wirst? Oder bist du wirklich müde? Ich glaube, das ist eher die reaktive Müdigkeit. Die reaktive Müdigkeit. Wenn so 10 Minuten vorm Auftritt dann plötzlich wieder... Was für Puls hast du gerade? 80. Puls 80. Das ist aber nicht so viel eigentlich. Was hast du für jüngere Zuschauer für einen Tipp, was sie machen können, wenn die auch mal auf die Bühne müssen, damit sie nicht den Text vergessen? Einfach übers Publikum hinweg gucken, so fies wie es klingt, aber einfach drüber weggucken. Also mit den Augen, nicht innerlich. Genau so drüber wegschauen, so in den Horizont hinein. Oder alle nackt vorstellen geht auch. Was ist deine Lieblingstechnik? Alle nackt vorstellen oder drüber weggucken? Manche nackt vorstellen, die besonders hübsch aussehen. Und ansonsten drüber wegschauen. Oder wenn man halt so welche kennt im Publikum, die man vorher schon irgendwie kurz gesehen hat, dann mal zu winken. Die auch nackt vorstellen? Genau. Nein! Zu winken und halt so auf die konzentrieren. Ja, gut. Was würdest du bei mir machen? Konzentrieren, nackt vorstellen, drüber gucken? Ich würde dir zuhören, also bei den Vorträgen höre ich dir immer ganz genau zuhören. Ja, also so werde ich gleich den Blutengelauftritt stören, indem ich einfach rede. So mache ich das. So mache ich das. Ja. Ja, also sicher. Ist mir klar! Sharingan. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020